Friedens-Pfeife geraucht, Iris Klein-Peter versöhnen sich. Nimmt das Drama rund um Iris Klein, 55, und ihren Ex-Peter Klein, 55, jetzt etwa endlich ein Ende? Die Mutter von Daniela Katzenberger, 36, wirft dem Fitness-Fan schon seit Anfang des Jahres vor, sie in Australien mit Yvonne Wölke, 41, betrogen zu haben. Daraufhin trennten sich die langjährigen Eheleute nicht nur, sie lieferten sich auch eine wochenlange öffentliche Schlammschlacht. Doch ist der Zoff jetzt etwa endgültig vorbei, Iris und Peter haben sich nämlich versöhnt. Richtig gehört, in ihrer Instagram-Story berichtet Iris jetzt höchstpersönlich von der Versöhnung mit ihrem Ex. Untertitelung des ZDF, 2020 Damit klarkommen, verdeutlicht sie nämlich. Von jetzt an wolle die 55-Jährige nach vorne blicken.